Im Zusammenhang mit dem Neubau der Schildhornbahn sind wir hier beauftragt worden, Aushubarbeiten und Betonierarbeiten zu vollbringen. Der Backer hat die Aufgabe, der gesprengte Fels, das Schuttmaterial wegzuräumen und zu verladen, weil wir eigentlich das Material nicht über die Kante liegen lassen dürfen, sondern wir müssen das Ganze an den vorbestimmten Ort transportieren. Wir haben uns überlegt, dass wir einen Bagger brauchen, den wir fliegen können. Das war eine Grundvoraussetzung, das Gewicht durfte nicht zu gross sein und auch die Fläche. Wir arbeiten auf sehr engem Raum und dann war es auch wichtig, dass die Fläche nicht zu gross war, die wir bedecken und dann war diese 2,5 Tonnen Lösung eigentlich die beste Lösung für uns. In den Bergen haben wir das Problem, wenn wir mit Dieselarbeiten, dass wir Probleme haben, die Dieselmotoren zu starten aufgrund der Kälte und der dünnen Luft und da bietet sich natürlich eine elektrische Version an, weil die da keine Probleme hat. Zusätzlich ist es sicher die Nachhaltigkeit vom Ganzen und auch das Nichtvorhandensein der Abgase. Auch für die Leute, die da arbeiten, Dieselmotoren, die in der Höhe arbeiten, haben einen sehr starken Dieselrauch und das möchten wir unseren Arbeiter eigentlich nicht antun. Wir laden hier 100.000 m über die normale Energieversorgungssteckdose und haben auch die Möglichkeit, über ein Schnellladegerät, wenn wir mal einen Notfall haben, das zu betreiben oder wieder zu laden. So muss ich das sagen. Es gibt keinen anderen Anbieter in dieser Gewichtsklasse und ich denke, das Produkt ist gut und zuverlässig. Bei uns ist zum Bauen auch Nachhaltigkeit ein sehr grosses Thema.